So, dann zeige ich euch mal den Fahrradsattel und was alles da mitgekommen ist. Wir haben einmal hier die zwei Handschuhe. Dann haben wir hier einen Schlüssel. 15 und 13. Und einen Sechskant. Der Fahrradsattel selbst sieht so aus. Federung ist stark. Kann man auch drehen. Hier haben wir eine schöne Polsterung. Fühlt sich gut an an den Seiten und auch hier vorn. Und ihr seht, es ist gut gepolstert. Also, insgesamt sieht man dem Ding an, dass es bequem ist. Tiptop, gefällt mir.